Salzzitronen sind eine von den Zutaten, die einfache Gerichte auf ein ganz neues Level heben können. Sie zu machen ist super einfach, man braucht dafür nur gute Zitronen, Salz und Zeit. Die Zitronen werden gesalzen, damit sie richtig fermentieren können und durch das Fermentieren bekommen die Zitronen einen wahnsinnigen Geschmack. Die sind dann unfassbar frisch, sehr, sehr aromatisch und haben schon einen fast künstlichen Geschmack nach Zitrone. Die Zitronen, die man jetzt dafür nimmt, müssen unbedingt unbehandelte Bio-Zitronen sein. Man möchte jetzt da die ganze Zitrone essen und das geht nur, wenn die nicht irgendwie gespritzt wurde. Fermentieren heißt in dem Fall jetzt, dass ich die Milchsäurebakterien, die von Grund auf auf der Schale von den Zitronen sind, vermehre und dass die Stoffwechsel betreiben. Und dadurch verändert sich dann der Geschmack von den Zitronen. Damit die Fermentation aber stabil ablaufen kann und sich da nicht irgendwelche anderen Mikroorganismen vermehren, muss ich das Salz dazugeben. Und die Zitronen müssen komplett mit ihrer eigenen Flüssigkeit bedeckt sein, damit da kein Sauerstoff drankommt und sie nicht schimmeln können. Die Zubereitung ist jetzt super einfach. Das Glas dafür sollte jetzt richtig schön sauber sein. Am besten schüttet man da vorher kochendes Wasser rein, damit das ganz steril ist. Jetzt nehme ich mir die Zitronen und schneide oben und unten ein kleines Stück ab, damit ich die hinstellen kann und jetzt viertel ich die. Ich schneide sie aber nicht ganz durch, damit die Zitrone noch ihre Form behält. Und da gebe ich jetzt in die Mitte reichlich Salz. Das mache ich über einem Teller, damit ich das übrige Salz auffangen kann. Und so gebe ich die gesalzene Zitrone in das Glas. Da kommt jetzt auch noch pro Zitrone ein Teelöffel Salz dazu. Das gleiche mache ich auch noch mit den anderen Zitronen. Und dann viertel ich noch eine Zitrone einfach so, wälze die im Salz und stopfe mit den Vierteln die Hohlräume. Das presse ich dann noch ein bisschen runter, dass die Zitronen Saft verlieren. Die Zitronen sollen ja aber ganz mit Saft bedeckt sein. Deswegen presse ich jetzt noch ein paar Zitronen einfach so und gebe den Saft mit ins Glas, bis alle Zitronen bedeckt sind. Die muss man dafür auch ein bisschen runterdrücken. Und dann gebe ich nochmal ein bisschen mehr Salz dazu. Insgesamt braucht man pro Kilo Zitronen ca. 150 Gramm Salz, damit die Fermentation stabil ablaufen kann. Wenn man weniger nimmt, kann es sein, dass das Ganze kippt und sich Schimmel bildet und dann muss man es wegschmeißen. Ein bisschen zu viel Salz macht aber gar nichts. Ich vergewissere mich dann nochmal, dass alle Zitronen mit Flüssigkeit bedeckt sind und gebe einen Deckel obendrauf. Der sollte aber nicht luftdicht verschlossen sein, weil sie bei der Fermentation theoretisch Gase bilden können. Und die könnten das Glas dann zum Explodieren bringen. Und so lasse ich das Glas jetzt bei Zimmertemperatur stehen. Die Salzzitronen sollten dann nach ca. 2-3 Wochen fertig sein. Das erkennt man daran, dass sie ihren Geruch ein bisschen verändert haben und sehr sehr frisch riechen. Die kann man jetzt entweder gleich verwenden oder in den Kühlschrank stellen. Da sind sie im Grunde ewig haltbar. Und dann kann man sich immer ein paar Stücke rausnehmen, wenn man welche braucht. Die kann man jetzt für ganz viele Sachen hernehmen, vor allem zum Verfeinern. Man kann jetzt zum Beispiel ein bisschen was von der Flüssigkeit in ein Salatpressing geben. Oder man schneidet so ein Stück von der Zitrone fein und gibt es in einen Joghurt-Dip. Oder man gibt ein bisschen was zu einem schön gegrillten Fisch. Also man kann es eigentlich überall einsetzen, wo man normal eine Zitrone verwenden würde. Nur, dass die Salzzitronen das Ganze einfach noch ein bisschen besser schmecken lässt. So ein Limoncello-Spritz kann man damit natürlich auch hervorragend verfeinern. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch bitte ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.